Ich sehe ja gar nichts. Ich sehe aber nichts. Ich sehe nichts. Da leuchtet es doch rot. Alter. Da oben leuchtet es auch rot. Ja. Da leuchtet es auch rot. Du bist schon so ein bisschen. Und da ist es rot. Du bist schon so ein bisschen. Und da ist es auch rot. Du bist schon so ein bisschen. Rot. Hast schon so die Farbtupfer sehr. Mit einer sehr. Wie sagen wir das. Einmaligen Farbauswahl hier garniert. Ja. Ja. Ton. Ton läuft. Sieht sich links. Guckst du. Geht sich. Geht sich. Sehr gut. Sehr gut. Genosse Runteroffizier. Ja. Genosse Kapitän. Mir geht's gut. Das ist die Akzentfarbe. Schwarz, weiß und rot. El Lunchos und mit El Machete. Dann kommt die rote Akzentfarbe. Genau so. Ja. Lassen Sie uns machen. Kleine Checkliste für die wichtigste Instrumentski. Hornhauthobel. Ja. Geht sich. Gut. Kaffe Maschinovic. Sehr gut. Rasierapparatschick. Wunderbar. Wunderbar. Herr Kaiser von der Niepropetrosk. Wladivostocker. Wuh. 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 So. Jetzt sei doch mal Ernst. Ernst. Ja. Was machst du da schon wieder? Vorbereiten. Damals gab es noch Radio mit Niveau. Aber ich glaube aus heutiger Sicht, man muss wohl dabei gewesen sein. Wir reden über El Lunchos und du bereitest danach vor. Ich höre nur so ein Krusel, 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 Krusel. Ich sehe auch gar nicht, was du da hast. Ja, es ist auch gut so. Argen. Dann lass uns doch mal anfangen. Mich mit dem Mordwerkzeug bedrohen und dann sagen, lass uns anfangen. Jetzt fangen wir an. Nummer 1 zur Sicherheit. Ohne. Das alte Problem wieder. Du screen. Ja. Ach, ich habe keinen Gürtel an. Die Hose rutscht. Du sitzt, Dennis. Die Hose kann nicht rutschen. Und wie die kann? Ich bin doch so ein schlanker Wicht. Das wirkt nur so, weil du neben mir sitzt. Ach so. Ich würde dir das mal so sagen. Ja, dann. Ich glaube, ich muss noch mehr lächeln. Meine Brille läuft an. Ein Glück, dass es so winterliche Temperaturen sinkt und die Luftfeuchtigkeit sich auf Bodenniveau mindestens unterirdisch. Wir brauchen mehr Puder. Jetzt sitzen wir schon im Keller. Gehen wir mal drüber. Ja, 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 ja. So, können wir jetzt endlich anfangen. Ja, ich wollte schon dreimal anmoderieren. Ja, dann mach. Jetzt gebe ich auf, jetzt musst du. Dann mach es ich ausnahmsweise mal. Ja. Ich sehe meine Augen nicht mehr. Ich sehe aber nicht. So viel zum Thema super entspiegelte Gläser. Tja. Ich kann nicht mehr. Alexa, wie viel Uhr ist das? Es ist 21 Uhr 42. Zwei Stunden. Vor 10 Uhr. Zwei Stunden haben wir gebraucht, oder? Ich glaube mal eine Stunde. Eine Stunde 35. Hallo und herzlich willkommen zu... Was? Entschuldigung. War das jetzt zu spontan? Das war mitten in mein Lächeln hinein. Ach so, Entschuldigung. Ich muss mich noch justieren. Ach so, musst du die Brightness richtig einstellen. Brightness richtig einstellen. пой пять Wow! Ja, ich freue mich, Ja, ich hoffe es muss schon gelствен. Bis zum nächsten Mal. ivor Перв vacunator. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Lebihatziats. Untertitelung des ZDF, 2020